Ja, Sie haben einen Neu-Online-Shop und sind jetzt mit den Einstellungen und Einstellmöglichkeiten völlig überfordert, wissen nicht, wo hinten und vorne ist und wo man was einpflegt. Ja, so wie Ihnen ist es schon vielen anderen ergangen, die einen Neu-Online-Shop aufmachen wollten. Vielleicht haben Sie aber auch einfach das Wissen, aber nicht die Zeit, das Ganze anzustellen, denn Ihre Aufgaben sind ja eigentlich ganz andere als wie Shop-Einstellungen. Und man kann jetzt natürlich im Internet suchen und Lösungen finden oder auch nicht finden und sehr viel Zeit damit vergeuden oder ich helfe Ihnen, denn mein Shop ist es, genau diese Aufgabe für Sie zu erledigen, diese Arbeit Ihnen abzunehmen und so, dass Sie dann auch bei Zeiten mit Ihrem Online-Shop an den Markt gehen können. Denn ich richte schon Online-Shops oder pflege Online-Shops von Gambio schon seit über 10 Jahren, habe da schon viele Shop-Kunden betreuen dürfen, Shop-Betreiber und würde gerne diesen Part für Sie übernehmen. Haben Sie Lust und Interesse, davon zu profitieren? Was es genau geht, möchte ich Ihnen jetzt erklären. Ja, es geht um Einstellungen wie Firmentaten, um SEO-Einstellungen, um Suchmaschineneinstellungen halt. Es geht um interne Möglichkeiten, die Gambio so bietet, die sich dann erst im Gespräch beziehungsweise im IMI-Verlauf dann für mich zeigen. Man kann auch, oder beziehungsweise ich übernehme dann auch alle Einstellungen für Versandkosten, für die Zahlungsarten, diese ganzen Möglichkeiten. Dann Rechtstexte, wenn sie schon vorhanden sind, kann ich mit einfügen. Auch Einstellungen fürs Logo, für Design, Logo-Einstellungen, Rechnungseinstellungen, Lieferscheineinstellungen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Gambio bietet, wo auch eben viele dran verzweifeln und diese Teile, diesen Part decke ich gerne ab. Das klingt alles für Sie interessant. Dann würde ich mal sagen, können Sie jetzt gerne das Angebot buchen. Sie können mich aber auch gerne vorher nochmal bei E-Mail kontaktieren. Sie können auch nochmal einen Telefontermin vereinbaren. Dann würde ich sagen, bis bald in Ihrem Shop. Dann würde ich sagen, bis bald in Ihrem Shop.